Der Osterhase hat seine Schuldigkeit getan für dieses Jahr. An der Säbener Straße wird seit gestern, Ostermontag, bereits wieder trainiert, noch ohne die deutschen Nationalspieler dafür, aber unter anderem mit dem starken spanischen Quartett um Xavi Alonso, Xavi Martinez, Juan Bernat und auch Thiago, der beim Test der spanischen Nationalmannschaft in Rumänien geschont worden war. Heute nun hat sich auch Robert Lewandowski an der Säbener Straße zurückgemeldet, um gleich in ein Trainingsspiel gegen die Bayern-Amateure einzusteigen. Eine Halbzeit war aber genug für Robert. Sebastian Rohde dagegen spielte, wie die meisten anderen, beim 2 zu 0 Sieg der Profis durch. Seitdem ich jetzt bei Bayern bin, war es auch für mich das erste Mal, dass wir so ein Spiel gemacht haben. Es ist ja fast nie möglich, wenn man die ganzen englischen Wochen hat, so eine Länderspielpause, war das jetzt mal eine gute Gelegenheit, auch für uns halt mal wieder ein bisschen länger zu spielen. Nachdem die Eintracht jetzt den Trainer gewechselt hat, haben sie das letzte Spiel gegen Hannover gewonnen. Wir haben jetzt auch mehr Zeit gehabt, den Trainer kennenzulernen, von daher ist es nie einfach gegen einen neuen Trainer. Nichtsdestotrotz, wir haben im Hinspiel auch eine 0-0 gespielt, da wollen wir noch was gut machen. Zuhause vom eigenen Publikum gehen wir das wie jedes andere Spiel auch an, wollen unbedingt gewinnen und gut aus dem Länderspielhaus rauskommen. Während an der Säbener Straße die sportlichen Gedanken schon in Richtung nächstes Bundesligaspiel gegen Eintracht Frankfurt gehen, gilt die ganze Konzentration der deutschen Nationalspieler noch dem letzten großen Test vor der EM heute Abend in der Münchner Allianz Arena gegen Italien. Denn Manuel Neuer wird wegen Magenproblemen nicht dabei sein, Mario Götze dagegen darf fest auf einen Platz in der Startelf hoffen. Der Schütze des goldenen Treffers im WM-Finale vor zwei Jahren gegen Argentinien wird dann sein 50. Länderspiel bestreiten. Für Kurzentschlossene der Hinweis, es gibt noch circa 5000 Restkarten an der Abendkasse. Generell sei allen Besuchern des Länderspiels Deutschland gegen Italien wegen erhöhter Sicherheitsmaßnahmen eine frühzeitige Anreise empfohlen. Anstoß ist um 20.45 Uhr. Mit einem ungefährdeten 3 zu 0 Sieg beim starken SC Freiburg sind die Frauen des FC Bayern einer erfolgreichen Titelverteidigung wieder ein ganzes Stück näher gekommen. Nach jetzt 40 Ligaspielen in Folge ohne Niederlage könnte das Team von Trainer Tom Wörle bereits am kommenden Spieltag in knapp drei Wochen gegen Frankfurt den Meistertitel endgültig sicherstellen. Zuvor müssen Melanie Beringer und Co. aber im Pokal-Halbfinale am kommenden Sonntag beim Liga-Vierten und Favoriten-Schreck SC Sand antreten. Vor Ostern bereits mussten sich die Amateure des FCB in der Regionalliga Bayern beim FC Memmingen mit einem torlosen Remis zufriedengeben. Die Mannschaft von Trainer Heiko Vogel rangiert damit auf Tabellenplatz 6. Keine negativen Auswirkungen auf den nationalen Wettbewerb hatte das fast schon dramatische Ausscheiden der Bayern-Basketballer aus dem Europacup. Mit einem souveränen 95 zu 81 Sieg in Bonn festigte das Team von Swetislav Pesic nicht nur Rang 2 in der Tabelle hinter Meister Brose Bamberg, sondern sicherte sich bereits sieben Spieltag vor dem Ende der Hauptrunde die Teilnahme an den Playoffs.